Hier ist mein Revier. Halte Distanz. Er ist ein Pfeifhase. Er ist ein Pfeifhase. Genau genommen pfeift er nicht, der Pfeifhase. Es ist ein Ruf, ein Schreien. Glas wäre nicht schlecht. Könnte man frei übersetzen. Halte Distanz. Er ist ein Pfeifhase. Wie eine dicke Maus. Er ist winzig. Gerade mal eine Handvoll Termine und Nährstoffe. Der Schnee ist noch nicht lange weg in seinem Revier. Halte Distanz. Der Pfeifhase findet noch kein frisches Grün. Er muss mühsam an den Flechten hangen. Er muss mühsam an den Flechten hangen. Pfeifhase. Kräftig zaußt der kalte Bergwind an dem fusselig weichen Fell. Wir wundern uns, dass der kleine Kerl nicht friert. Denn zwischen den Haaren sieht man die blanke Hau. Gras wäre da sicher nicht schlecht. Nachden 남� optimale Stimme in der Heimkrad. auch in der Heimkrad. Das Volk wäre. Mal der Heimkrad. Aber nachdem Sie in der Heimkrad. Wer ist das? Das ist es? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Vielen Dank.